Leute, ich bin jetzt angekommen in Pfünz und ich habe keine Ahnung, was die hier tun. Die machen irgendeine Probe, haben sie gesagt. Die haben hier so eine Kamera und ein Van. Ich mag da jetzt mal nicht reinrennen, nicht, dass ich dann irgendwie im Bild bin oder so. Ich warte jetzt einfach mal, bis der Vincent auf mich zukommt und Hallo sagt, weil der muss gerade Auto fahren, wie es aussieht. Und dann gucke ich mich hier mal um, was die denn hier so tun. Ja, ich bin durchs Bild gelaufen. Ja, kannst du gerne machen. Vincent, was tun wir jetzt? Wir drehen was. Was? Ja, irgendwas. Das ist ja aufschlussreich. Hier sind jetzt die letzten Drehbesprechungen. Wir drehen das gegen 19.30 Uhr ungefähr, weil wir müssen das so in der Dämmerung machen. Hallo. Wer bist denn du und was tusten du hier? Ich bin die Claudia und ich mache hier das Make-up. Okay, gut. Und was machst du? Ich bin der Fahne und ich spiele Gangster. Okay. Gangster haben wir auch. Make-up haben wir. Haben wir alles, was wir brauchen? Ja, ich weiß. Wer ist die Schwimmel? Nicht. Hallo. Wer bist du und was tust du hier? Herr Paul und ich mache Kamera. Kamera. Okay. Ja. Und welche? Die. Die. Was bist du eine? Sony F7. Okay. Und was kann die so, was andere Kameras nicht können? Nein. Alles. Das ist eine gute Frage. Baby wickeln? Das nicht. Was kannst du denn? Fünftelkut. Ja. Alles. 4K, 60FS. Cool. Und jetzt gibt es gerade noch Probleme oder wie? Blö, wir arbeiten nur am Monitor. Das ist so ein externer Monitor noch mit drauf. Ja, so normalerweise gibt es einen da mit dabei für die FS7. Und die Benutzmittelkarte. Aber wir hatten gerade vorhin externe, aber da ging Akku aus. Okay. Das kriegen die schon nicht. Das ist schön, nur ein Kamera-Akku dabei zu haben. Und das gute, alte Panzertape, Gaffa-Tape? Ja, das hält alles mit Gaffa-Tape. Monitor ist mit Gaffa-Tape lang gemacht. Gewicht ist ein lang gemachtes Ding hier, wiegt 12 Kilo die Kamera. Die müssen sich schön mit zwei her verfallen. Das wird echt angstrahlisch. Und das ist die einzige Kamera, mit der gedreht wird, Vincent? Das ist die einzige Kamera. Wir drehen komplett an einem Stück. Das ist eine Plansequenz. Und danach sind wir durch. Und wenn gedreht ist, ist es fertig. Das ist eigentlich nur einmal auf Aufnahme drücken. Ja, wenn das so einfach ist, machen wir das doch. Genau. Also was heißt einfach? Wir befinden es jetzt irgendwo hier und gehen alles durch. Dann muss es so funktionieren. Hier wird nochmal kurz die, wie nennt man das, Dispo gecheckt. Genau. Wer bist du und was tust du hier? Ich mache hier gerade ein bisschen Backstage-Material. Ich bin der Fahrer, ich bin der Papa von der Luisa und bin jetzt arrangiert als Lehrer. Ich hoffe, das sieht man gut. Ja, authentisch. Total authentisch. Okay, gut. Ich gucke mir gerade hier. Und viel Text? Es sind gepflegte Zweizeiter. Oh. Also ich kann damit umgehen. Machbar, oder? Ja. Das gehen wir hin. Okay, glaube ich auch. Ich interviewe jetzt mal die Mädels hier, die erschrecken jetzt vielleicht zu Tode. Passt mal auf. So. Hallo. Was tut ihr denn hier? Seid ihr Darsteller oder was macht ihr hier? Ja, wir sind Darsteller, aber wir sind nur Nebendarsteller. Wir spielen nur die Schüler, die am Tisch sitzen. Okay, und passiert mit euch irgendwas Schlimmes? Nee. Nee? Okay. Wir sind vielleicht nur ein bisschen traumatisiert. Okay, das ist zu verkraften, oder? Ja. 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 Ist ja nichts. Okay, gut, also ihr werdet nicht mit der Pyrotechnik in die Luft gesprengt, oder? Nee, nee. Voraussichtlich nicht. Das Problem ist, ich mache die Pyrotechnik, das heißt, das sehen wir dann schon noch. Ne? Na dann. Okay, gut, also dann für Spaß weiterhin. Dankeschön. Außen ist eigentlich nur noch der VW-Bus. Und du, aber du bist ja unwichtig, was das Bild angeht. Jeder, der nicht in die Kamera schaut, aber im Bild zu sehen ist. Liegen wir gut in der Zeit, wir liegen gut in der Zeit. Wir liegen besser hart in der Zeit, aber wir haben nur einen Riss. Wir haben nur einen Versuch und wenn ich die Pyrotechnik versaue, dann ist die Pyrotechnik kaputt und dann ist scheiße. Und hier ist Trockeneis. Ich habe sowas noch niemals gesehen. Auch nicht, sondern ich mache das auch zum ersten Mal. Haben wir einen Cocktail. So schön kalt. Kann man das essen? Aber was ist das für ein Element? Oder was ist das für eine Verbindung? Tio2. Ich hätte gerne am Anfang Nebel. Für die erste Anflugsszene sollte schon so ein leichter Bodennebel hier sein. Jetzt kommt die General-Generalprobe. Wir hatten zwar schon drei Generalproben, aber das ist die General-General-General-General-Generalprobe. Und dann geht es wirklich los, weil jetzt ist das Licht gerade so, wie es der Vincent möchte. Ich gehe jetzt dahin, wo man mich nicht sieht. Und dann geht es weiter. Und dann geht es weiter. Fabian, lauf! Fabian, lauf! Lass ihn, lass ihn. Komm, komm, komm! Fabian, lauf! Fabian, lauf! Fabian! Hey! Laut! Hier setzt du dich jetzt hin! Und jetzt stirbst du! Stirb! 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 Nein! 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 Vincent? Ja. Haben wir abgedreht? Wir haben abgedreht. Und wie war's? Letztlich. Okay. Das ist ja schon mal gut. Ja. Den Rest macht die Postproduktion mal schauen, wie's wird. Ja, schon. Wir haben da keinen Schnitt. Wir haben keinen Schnitt. Wir laden das so hoch, wie's ist. Vorne weg, hinten weg. Fertig. So, okay. Also, so viel zum Thema. Und wie war's? Spannend. Ich werde wiedererlebt oder wiedererweckt. Wiedererweckt? Wiedererweckt. Ach ja. Dann gibt's noch einen zweiten Teil. Bietzeig. Ja, klar. Interessant. Das ist sehr süß. Wir haben abgedreht. Yay. Tschüss. Tschüss. So, Leute. Das war jetzt die Go-Tour für heute. Unter anderem war mit dabei der... Zittler. Genau. Wir sind nämlich hier gerade in der Nähe von... Eigentlich still. Und wir haben uns gerade unterhalten über ein... Metal-Video. Das wir demnächst zusammen drehen werden in... Nürnberg. Richtig. Und... Machst du das, damit ich auch was sag? Oder? Ja, ich mach das, damit du auch was sagst. Und da drüben seht ihr die letzte Go-Tour. Und wenn ihr da unten guckt, seht ihr die Playlist vom Go-Tour. Da drüben die Playlist von der Go-Tour. Und seinen Kanal hab ich auch verlinkt. Und den von Vincent und den von allen anderen, die heute mitgemacht haben. Sag mal was. Fertig. Sag mal was. Seh her.